Die Sitzungen des Hoyers-Berderer Stadtrates werden auch in diesem Jahr live im Internet übertragen. Das hat das Gremium in der letzten Sitzung des Vorjahres beschlossen. Neu ist dabei, dass die Ratstagungen nicht nur live übertragen werden, sondern auch aufgezeichnet und zum späteren Abruf auf dem YouTube-Kanal der Stadt bereitgestellt werden sollen. Bislang konnten Interessenten die zumeist 17 Uhr beginnenden Sitzungen ausschließlich zeitgleich mitverfolgen. Mit dem neuen Service wird dieser Mangel nunmehr beseitigt und die Ratssitzungen können einem breiteren Interessenkreis zugänglich gemacht werden. Aus Datenschutzgründen müssen die einzelnen Stadträte der Bereitstellung der Aufzeichnungen im Internet noch persönlich zustimmen.